Herzlich willkommen bei Ihrem freundlichen Opel-Händler. Im Autohaus Limbach-Oberfrohna und im Autohaus am Sachsenring ist man gerne für Sie da. Egal ob Neuwagen oder Gebrauchter, Inspektion oder Unfallinstandsetzung. Hier werden Sie stets umfassend beraten und hervorragend bedient. Glasservice, Reifen- und Klimaservice, Mietwagen, eine eigene Lackiererei sowie eine Autogastankstelle runden das Angebot ab. Kommen Sie einfach mal vorbei! Egal ob Neuwagen oder Gebrauchter, Inspektion oder Gebrauchter, Inspektion oder Gebrauchter. Inspektion oder Gebrauchter, 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 Inspektion oder Gebrauch